Die Schuld auf die Teammates und nicht auf sich selber. Was ich ein bisschen dumm finde. Naja, ich tue es eigentlich nicht. Ich weiß, dass ich besser bin als die meistens. Und ich weiß, dass ich es besser machen könnte. Ja, ich weiß auch, wann ich scheiße bin und wann ich okay bin. Also die Runde davor, da war ich okay, aber... Oh ne, ich hasse Konsulat. Konsulat ist so eine Müll-Map. Aber die Map davor, das ist so eine meiner Lieblings-Maps. Da macht es immer Spaß zu spielen. Ah, random. Also was... Das ist wieder Shotgun, oder? Nee, ich mach hier mal ernst. Weil ich keine Ahnung hab von Shotgun. Ich hoffe, die gehen nach unten. Ich könnte zwar Turmhut Shotgun spielen, aber ich hab Shotgun bei Turmhut noch nie ausprobiert. Ich geh kurz pissen. Naja, mach ich das nicht. Ich hoffe, dass die Yeah, we're gonna win! Okay. Nichts mean fast. Sieht mir aus wie Visa. Sind die jetzt auf Visa gegangen? Nee, jetzt. Nein, sind sie nicht. Die sind in Archives. Natürlich. Natürlich. Immer, wenn ich reingehe. Maike sagt, meine Hand würde zittert, weil ich zu viel Wichse. Das wäre bei mir. Ah, ja. Schlussigerweise... Das klingt jetzt weird, aber seit ich Maike kenne, Wichse will ich. Aber dann hier noch ein bisschen. Da noch. Ich muss ja hier noch mal ein bisschen was sehen. Jetzt wird gebrushed. Dann wird gebraucht. Na nun! Na nun! Na nun! Na nun! Das möchte ich sehen. Ich muss eigentlich so eine Gerade nach links glauben. Das war's für heute. Was ist das? Oh sehr schön Nice, nice, good job I love you Fuck it du 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 Garage wollt ihr? Also ich würde garage Du musst ja nicht wollen DU mußt ja nicht! Ist ja nicht so das 2 gegen 2 Aber i think Oh und they nehmen recruit Ja dann beteilige ich mich Aber mit shotgun Nice wir sind alle deutsch vor allen dingen alle shotgun die anderen beiden haben die mp7 läuft halt fürs erste echt eigentlich wollte ich spenden naja hat ziemlich gut geklappt warte ich hier drüben jetzt sind auch meine zwei drin man kann die selber kaputt machen das ist nicht gut ganz und gar nicht gut ich mach mal hier hinten bei archives easy nanny is playing rainbow six komm ich bleibe mal visa und warte bis dort sind ach nö du ich meine guck mal wir spielen zwar alle rekruten aber könnten wir uns bitte wenigstens so aufteilen dass ich nicht in drei richtungen aim muss einer ist draußen bei garage und einer steht bei yellow stairs one is outside and of the garage and one is at the end of yellow stairs also ich hab ihn gehittet nicht gut oder war spielen hat er hat man damit können die gut gegen die spielen ich frag mich nicht was da passiert ist frag mich nicht warum ist gerade 32 stehen kann also alter alter dieser rekrut was wie er das überlebt hat dieser rekrut das überlebt hat das ist natürlich kapitao xd not funny das ging das ding ist das gehack der typ besteht aus vier 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 klar ja da noch mal okay go again ich gehe mit ich gehe mit ich gehe mit ich gehe mit du wir ich gehe mit ich gehe mit bist du der ich gehe mit ist seine franzose wir müssen das ist doch die französische doch als nicht die amerika dfp das war die von von twitch und so echt ja nicht mit so 80 ok sind auch garagen und ich bin nicht so viel alle kruft mein gott wird das reinforscht ich spiel alle kruz auf silber elo ich verstehe man nicht immer nicht in die autos rein kann hey gott rush like shit rush rush your brain out bruv rush your brain out i need to rush this nice ich habe drei kids gemacht mit rein ich habe leider nur jäger machen können leider also du hast doch gemacht aber mit zwei schüsse hätte jetzt oder so gekillt leider oh nein die wollen ach ne leute wirklich ach nein oh man aber ich spiel ich spiel nicht mit der dörten mit der so gsg noch ein shotgun ach ich will aber nicht nani nani shotgun mp7 ist besser ich geh ich mach das doch wie so weil da werden auch welche kommen wird mit der dörten ich weiß ich weiß vor allem nehme ich das ganze hier auf ne ja 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 geil äh kannst du richtig gut in deiner compilation oder sowas machen äh die ganze zeit ernst spielt und wie einfach gut und wie dann auch noch seriously gegen die kämpfen äh spielen können mit ohne recruit das ist echt traurig ich glaube ich glaube ich glaube wir sind alles mehr verkaufen das kann sein kann sein und wie gewinnen wir diese verteidigungen alter lol jetzt sagen 15 klatsch waren es ist kann es noch sein kann es noch was er ist das von komplette mission we need to complete the mission where is the last you are all pros where you from guys russia russia ah it's a twitch downstairs warum wollen die dann nicht die russische shotgun spielen weil die scheiße ist die german shotgun ist immer noch fünfmaler russia 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 bau 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 ja so spielt man pistole genau dieses là ja das stimmt bestimmt ist so ein guter einwand wir müssen alle record spielen das ist doch so die hast du immer mit vergessen doch die hast du doch immer mit gehabt immer wenn du record spielst ja schon aber du bist der einzige da so du bist nicht der einzige das relativ der andere spielte 33 von den messer ist der der ein kind hat also so eine pussy naja er macht wenigstens mit ich glaube denen ist das auf den sack gegangen habt und der eine hat die runde davor ich habe drei gekämpft ich habe drei gekämpft ich habe einen lalala 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 Warum ist da jemand in der Noob-Körner? Ich liebe dich Bandit! Noob-Körner! Du bist immer noch in der Noob-Körner! Wow! 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 Das ist Tachanka! Das ist der Typ, der wirklich normale Waffe hat, der... Ach, das ist doch der Typ, der normale Typ A! Ich glaube, das wäre der letzte Zitter, der ist da. Easy. Aber mach der Schleuer, wartet da. Aber ich würde an seiner Stelle die Castle destroyen. Nice! 1v1 gegen Tachanka! Der hat Rekrude gespielt! 1v1 gegen Tachanka! Tachanka ist in his LMG. Oh, nice! Nice! Oh! Good Job! 1v1 vs. 1v2 Wir haben vier Runden! Best Rund in my life! 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 Bist ich nicht! Oh, Gott! Nein, nicht stay! Warum? Warum nur nicht? Alter, wer hat die Gegneransatzwäsche normal? Wohl, da war sogar Gold dabei! Ja, das war dieser Tachanka-Spieler. Ich bin... Silber 2... Au! Nicht, okay. Oh doch, Leute! Ja, Mann! Hast du noch ein Afterpack? Das bringt's auf den Punkt. Wenn wir uns so irgendwie auf Gold oder irgendetwas hochspielen... Hochspielen, Alter, das ist ja traurig.